Russische und belarussische Spione könnten dank der ungarischen Visa in die Schengen-Zone eindringen. Das befürchtet die Europäische Kommission. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, hat den ungarischen Innenminister Sandor Pinter um Klarstellung gebeten. Er soll erklären, wie sein Land verhindern will, dass das neue System der nationalen Karte nicht zur Umgehung von EU-Beschränkungen genutzt werden kann. Nach angaben der ungarischen Regierung kann das zwei Jahreswisum an ausländische Arbeitskräfte ausgestellt werden. Jetzt auch an belarussische und russische Staatsangehörige. Die EU-Kommissarin Johansson sagte, wenn Budapest bis zum 19. August die Fragen nicht beantwortet, werde Brüssel mit Konsequenzen reagieren. Schöpfing